So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe. Ich habe die eben irgendwo gesehen. Ach hier, schieße dich selbst mit einer Belagerungskanone 150 Meter weit. Ich bin gerade eh zufällig hier gewesen. Einfach, ihr setzt euch, warte mal, ich verlasse die gerade einmal nochmal. Einmal verlassen, einmal einsteigen, dann L2 drücken, macht euch ziemlich hoch und dann würde ich sagen, einmal, wie geht das? RT, nee, RT ist bei euch, R2, einfach Feuer frei. Und so werdet ihr die ganze Easy schaffen. Zack, noch einen Baum kaputt gemacht. So, dann würde ich sagen, das haben wir auch geschafft. Ich hoffe, ich konnte euch halt, wie gesagt, mit der Aufgabe weiterhelfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, gerne ein Abo da lassen. Ich setze mich an jede Aufgabe, die ich für euch finde, so dass auch ihr die Aufgaben erledigen könnt. Ihr seht schon, die nächste ist quasi direkt vor mir. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dem Video. Und bis zur nächsten Aufgabe.